Junge Schimpansen haben offenbar ein weitaus besseres Kurzzeitgedächtnis als Menschen. Das fanden japanische Forscher heraus. Die Tiere in dem Experiment kannten die Ziffern 1 bis 9. Selbst wenn sie die Zahlen nur 0,2 Sekunden an einem Bildschirm gezeigt bekamen, wussten sie meist die Position der Ziffern in der richtigen Reihenfolge.